Meghan Markle zeigte sich mutig, als sie inmitten der explosiven neuen königlichen Bomben, die aufgetaucht waren, mit einigen von Hollywoods Elite zusammenarbeitete. Meghan Markle lässt sich von ein paar schockierenden königlichen Enthüllungen nicht davon abhalten, eine schöne Zeit mit ihren Hollywood-Freunden zu verbringen, während sie weiterzieht. Die Herzogin von Sussex präsentierte sich bei der mit Stars besetzten Veranstaltung im Restaurant Mother Wolf in Los Angeles elegant. Meghan trug ein teures schulterfreies Kamelkleid von Proenza Schula, das sie mit einem paar schwarzer Aquasore-Absätze im Wert von 895 Dollar und einer kleinen Klatschtasche ergänzte. Sie behielt ihre Frisur und ihr Aussehen schlicht und trug einen eleganten, glatten Dutt und natürliches, taufrisches Make-up. Der ehemalige, Suits, Absolvent genoss den Abend zusammen mit anderen bekannten Persönlichkeiten wie Dua Lipa, Leonardo DiCaprio, Oprah, Emily Blunt sowie den Preisträgern des Abends, Carrie Mulligan, Fantasia Barrino, Lily Gladstone und Billie Eilish. Dieser glanzvolle Auftritt ist Meghans erster öffentlicher Auftritt seit Gerüchten über eine Kontroverse zwischen den Sussexes und dem Autor Umid Scobie, der Ende des Monats sein neues Buch, Endgame, veröffentlichen wird. Das neue Buch beschreibt ausführlich die Geschichte, wie Meghan und Prinz Harry vom drohenden Tod Königin Elisabeth II. erfuhren, mit der Begründung, dass sie über ihren sich verschlechternden Zustand weitgehend im Dunkeln gelassen wurden. Meghan und Harry haben diese Behauptungen inzwischen zurückgewiesen und sich von dem Buch und Umid distanziert, der einst einer ihrer Verbündeten war, da sie weiterhin schlechte Beziehungen zu den anderen Royals pflegen. Ironischerweise findet Meghans großer Abend am Donnerstag nur etwas mehr als ein Jahr nach dem Tod der Königin statt, der sie letztes Jahr im Herbst 2022 daran hinderte, an derselben Veranstaltung teilzunehmen.